Was ist die beste Waffe zur Verteidigung vor Jude? Ich würde entweder einen 9mm oder einen 45er nehmen. Sehr nice. Wow, wow, wie wahr? Ist wie ich Filmstar Dirty Herald? Ja, Sir. Komm schon, versuch mir den Tag, Jude. Aber er mir nicht wollen verkaufen Waffe, weil ich nicht bin Amerikaner. Also ich suche einen anderen Schutz. Was für ein Hund ist das? Das ist eine Schildkröte. Ist das eine Katze im Sack? Nein, das ist eine Schildkröte mit Panzer. Ja, ich brauche ein wildes Tier für Schutz. Was sie haben für mich. Das ist eine Schildkröte mit der Schildkröte. Das ist eine Schildkröte. Das ist eine Schildkröte. Glückliche Zeiten